Der Prolog von Orit vom 9. Oktober Gedenken Der heilige Apostel Jakobus, der Sohn des Alpheus, war einer der zwölf Apostel und Blutsbruder des Apostels und Evangelisten Matthäus. Er war Zeuge der wahren Worte und Wunder unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus und Zeuge seiner Leiden, seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Nach dem Herabkommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten fiel das Los auf Jakobus, das Evangelium Christi in Eleftheropolis und der Umgebung zu predigen, dann in Ägypten, wo er für den Erlöser litt. Mit großer Kraft in Wort und Tat verbreitete Jakobus die rettende Botschaft über das inkarnierte Wort Gottes. Er vernichtete den Götzendienst, trieb Dämonen aus und heilte jede Krankheit, jedes Gebrechen im Namen Christi. Seine Mühen und sein Eifer waren von großem Erfolg gekrönt. Viele Heiden kamen zum Glauben an Christus, Kirchen wurden gebaut und organisiert und Priester und Bischöfe wurden geweiht. Jakobus erlitt das Martyrium in der ägyptischen Stadt Ostrazina. Er wurde von den Heiden gekreuzigt. Und so nahm dieser große und wundervolle Apostel Christi seine Wohnstätte ein im himmlischen Reich, um ewig mit dem König der Herrlichkeit zu herrschen. Der heilige Andronikus und seine Frau, die heilige Athanasia, waren Einwohner von Antiochia während der Regierung Theodosius des Großen. Andronikus übte das Handwerk des Goldschmieds aus. Er und seine Frau waren sehr fromm und strebten ständig danach, dem Weg des Herrn zu folgen. Er gab ein Drittel seines Einkommens den Armen, ein anderes Drittel der Kirche und ernährte seine Familie mit dem letzten Drittel. Nachdem zwei Kinder geboren waren, kamen sie überein fortan wie Bruder und Schwester zu leben. Doch dem unerforschlichen Willen Gottes gemäß starben beide Kinder am selben Tag und sie waren in großer Trauer. Da erschien Athanasia am Grab der heilige Märtyrer Julian und tröstete sie mit der Botschaft, ihre Kinder seien nun im Reich Gottes und es ginge ihnen dort besser als hier bei ihren Eltern auf der Erde. Andronikus und Athanasia verließen alles und gingen nach Ägypten, wo sie die monastische Weihe empfingen. Der heilige Andronikus von seinem Altvater Daniel von Deschitis und Athanasia im Frauenkloster von Tabenesis. Durch ihre langen Jahre der Askese gottgefällig geworden, gingen sie schließlich ein ins ewige Reich Christi. Zuerst entschlief die heilige Athanasia, acht Tage später der heilige Andronikus. Die gerechten Abraham und Lot, über ihr Leben, lese man im Buch Genesis. Der heilige Dimitrius, Patriarch von Alexandria, war der elfte Bischof von Alexandria nach dem heiligen Markus dem Evangelisten. Er leitete seine Herde von 189 bis 231. Während dieser Zeit empfing er ein Bittgesuch aus Indien und sandte den heiligen Pandarenus, den Leiter der berühmten katechetischen Schule in Alexandria, um das Evangelium in Indien zu verkündigen. Dort in Indien entdeckte Pandarenus das Evangelium, das von Matthäus in Aramäisch geschrieben worden war. Der heilige Stefan, Herrscher von Serbien, war der Sohn des Königs Georg und der Königin Irene. Er und seine Schwester Mara lebten eine Zeit lang am Hof des Sultans Murad II. Er wurde zusammen mit seinem Bruder Gregor in Jedrine geblendet. Er empfing 1458 die Herrschaft über Serbien. Kurz darauf musste er nach Albanien fliehen, wo er Angelina, die Tochter Skenderbecks, heiratete. Blind und unglücklich, doch stets Gott ergeben, entschlief er im Jahre 1468 in Italien. Seine Reliquien ruhen im Kloster Crusedol, das von seinem Sohn, dem heiligen Maxim, gegründet worden war. Lobeshymne Der heilige Apostel Jakobus Vom Herrn gesandt und ihm gehorsam wirkte der allgerühmte Apostel Jakobus. Er säte das Evangelium überall, sodass Gläubige für Christus daraus sprossen. In ganz Syrien und Ägypten goss er voll Eifer den himmlischen Honig aus, die süßen heilenden Worte Christi, und nährte die hungrigen Menschen mit dieser wunderbar goldenen Speise. Wohin Jakobus auch reiste, hinterließ er Wunder. Geistige Gefäße voll und überfließend mit Honig, mit unerschöpflichen, lebensschaffenden Honig. Heilige Kirchen voll von reinem, süßen Reichtum. In ihnen wird der Schöpfer ohne Ende verherrlicht, wie auch die wunderbaren Werke des Sohnes Gottes. Christus ist jener Honig, der den Gläubigen gegeben wurde, lebensspendendes Manna aus Brot und Wein. Jakobus vollendete seine Reise mit einer roten Markierung, mit seinem Märtyrerblut, das vom Kreuze herabfloss. Und er gewann einen Kranz von Christus im Himmel, gemeinsam mit den anderen Aposteln. Betrachtung Wie Gott sowohl straft als auch barmherzig ist, sieht man deutlich am Beispiel des letzten Herrschers von Serbien, in der Zeit der türkischen Eroberung des serbischen Landes. Es geschah nicht durch ihre eigene Macht und ihren Willen, dass die Türken in die Balkanländer kamen und die christlichen Völker, Griechen, Bulgare und Serben unterwarfen, sondern durch Gottes Freigabe. Genauso wie Nebukadnezar nicht durch seine eigene Macht, sondern durch Gottes Freigabe Jerusalem eroberte und die Hebräer in die Gefangenschaft führte. Das serbische Volk litt sehr wegen der Sünden seiner Fürsten und Adligen, und diese selbst litten umso mehr. Der Herrscher Georg starb im Exil. Seine Söhne Gregor und Stefan wurden von den Türken geblendet. Seine Tochter wurde zur Ehe mit dem Sultan gezwungen. Sein mittlerer Sohn erhob sich gegen seine Mutter Irena und gegen den Bruder Gregor und durch Gewalt riss er den unsicheren Thron von Smederovo an sich, starb aber plötzlich. Der blinde Stefan war kaum Herrscher geworden, als er nach Albanien fliehen musste, dann nach Italien, wo er an diesem fremden Ort als Exilante und Flüchtling starb. Wo aber kommt die Gnade hinzu? Gott verherrlichte mit ewiger Herrlichkeit sowohl jenen Stefan als auch seine Frau Angelina, sowie seine Kinder Maxim und Johann. Nachdem Stefans Leib acht Jahre im Grab gelegen hatte, wurde er ausgegraben und unversehrt aufgefunden, erfüllt von wundervollem Duft und viele Wunder geschahen über seinen heiligen Reliquien. Und so wurden durch die Gnade Gottes sowohl seine Frau als auch seine Söhne verherrlicht und geheiligt. Zum Nachdenken. Lasst uns darüber nachdenken, wie Elias auf wundersame Weise Feuer vom Himmel herabrief. Erste Könige Kapitel 18. Wie Elias zu Gott auf dem Berg Kamel in Anwesenheit des Königs Ahab und der Götzenpriester betete. Wie Feuer vom Himmel fiel und das Opfer aufzehrte, das Elias vorbereitet hatte. Homilie Wie die Toren Gott verleugnen Es sprach der Tor in seinem Herzen, es ist kein Gott. Sie sind verdorben und zum Abscheu geworden in ihren Taten. Psalm 13, Vers 1 Der Geist ist das Steuerruder des ganzen Wesens des Menschen. Er rät, er mahnt und leitet. Die Seele und der Körper werden vom Geist gelenkt. Wenn der Geist vor Gott recht ist, ist der ganze Mensch recht. Wenn es der Geist nicht ist, dann ist es auch der ganze Mensch nicht. Wenn der Mensch denkt, es ist kein Gott, wird das sofort in seinen Handlungen sichtbar. Zuerst erheben sich böse Gedanken und bald folgen ihnen schlechte Taten. Seht ihr, wie der inspirierte Prophet die menschliche Natur kennt? Er erkundet zuerst die Ursache und dann stellt er fest, was daraus folgt. Schlechte Taten folgen unvermeidlich bösen Gedanken. Glaubt daher jenen nicht, meine Brüder, die sagen, Ich glaube nicht an Gott, aber ich vollbringe gute Werke. Denn wer nicht an Gott glaubt, weiß nicht, was gut ist, noch kann er Gutes vom Bösen unterscheiden. Durch den Unglauben an Gott schneidet sich der Mensch vom größten Gut und der Quelle aller guten Dinge ab. Schaut außerdem sorgfältig und ihr werdet feststellen, dass all die Werke der Gottlosen verdorben und abstoßen sind. Verdorben, weil sie schlecht, wertlos und vergänglich sind und abstoßend, weil sie dem Willen des lebendigen Gottes entgegengesetzt sind. Die Gottlosen können Gutes nicht vom Bösen unterscheiden. Denn nur im Lichte der Gesetze Gottes ist es möglich zu bestimmen, was gut und was böse ist. Es kann geschehen, dass einer, der mit seinen Lippen bekennt, der Glaube an Gott, verdorbene und abstoßte Taten vollbringt. Es ist gut, Gott mit den Lippen zu bekennen, doch das ist längst nicht ausreichend. Man muss ihn mit dem Herzen anerkennen und den eigenen Glauben durch gute Werke bekräftigen. Doch es kann geschehen, dass ein Mensch in seinem Herzen glaubt und mit den Lippen bekennt und immer noch sündigt. Dies geschieht entweder aus der Schwäche des Willens oder den Pfeilen des Teufels. Möge dieser Mensch bereuen und es wird ihm sofort vergeben. Reue ist eine rettende Gnade für die Gottlosen. Wie viel mehr noch für die Gläubigen. Solange der Mensch noch auf Erden ist, hat er Raum für die Reue. Doch wer kann sicher sein, dass seine Zeit nicht in genau dieser Nacht ablaufen wird? O sanftmütigster Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hilf uns zu bereuen, wie du uns geholfen hast zu atmen. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin. 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 Amin.